so warum sind meine parts schwer verletzt was war denn hier los war hier ein angriff in der zeit ich habe es nicht mitgekriegt so da gibt es also hübsche blumen her herstellung von dubioser saft und seltsamer saft verwendet werden so alten bogen haben wir glaube ich oder ach die haben wir schon zweimal die blumen könnte ich ja hier reintun erstmal ich habe auch schon gut verbraucht die ganzen sachen so was ich müsste jetzt so okay der ist größer als ich dachte ich dachte das wäre so ein kleines teil aber das ist so ein riesen ding und da wak da ist ein palen safter ja der ist schon ganz schön groß ne ich hätte gedacht der ist viel kleiner und nicht so ein riesenteil ja 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 ich weiß das war eine vorlage das war wirklich eine alles klingt falsch was ich dazu sage glaube ich mein Sinn ich glaube da klingt alles falsch das wo man jetzt duschen geht macht mich ähm ja schwierig doch 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 das ist doch doch ja Der zu entsaftende Paar wird verbraucht. Mhm. Ich würde das mal gerade aber noch nicht machen, weil ich noch nicht so richtig... Na, guck mal, ich kann das nicht. Das verbessern kann ich hier nicht. Ach doch, kann ich hier verstärken. Boah, da muss ich mich mal ein bisschen mit auseinandersetzen, glaube ich. Ganz schön groß. Wer ein Mensch... Wer ein Mensch geht es in meinen Saft da duschen? Oder wie? Also irgendwas war hier los gewesen, dass die... ...damage davon getragen haben. Ich weiß nicht, warum. So, wo hat ich denn hier so eine Feder hingemacht? Habe ich die hier drinnen gehabt? Nee. Aber ich muss mal kurz reparieren. Ach schön, die braucht zum Reparieren auf jeden Fall keine antiken Bauteile. Das ist schon mal sehr angenehm. Finde ich. Mein Megaschild schon, aber... Ach so, genau, die Flauschbitten. Kann ich die schon bauen? Nee. Level 24. Fang-Algen. Mhm. Sieht so komisch aus, das Pal, ne? So, Zuchtfarm. Als Motivation zum Eierlegen wird Torte benötigt. Habe ich da ein Rezept von? Was machst du denn hier? Ähm. Ah, hier. Torte. Sieben Milch? Mein... Sag mal, kriegt das hier gebacken, oder? Was zum Teufel versucht denn der da zu transportieren? Warte mal, ich glaube, wir hatten Milch. Die packen die Milch halt immer hier rein, ne? Die ist natürlich schon weg. Brauche ich Mehl in der Tasche? Ach so, wegen dem Ding. Ich kann ja leider nicht bestimmen, dass wir das mal anders anpacken, ne? Hä? Äh, was macht die denn da? Warum? Warum macht sie das? Ich raff's nicht. Ah, jetzt haben wir es anscheinend. Jo, jo, jo. Tut sich schwer mit der Arbeit, das habe ich gemerkt, ja. So, ich brauche mal die Feder hier rein. Und dafür habe ich keinen Platz. Wo mache ich denn den... Wo mache ich das denn rein? Oder ich gebe das hier in Auftrag. Ich könnte Brote machen. Wobei, dafür haben wir viel mehr. Ja. Oh, ich bin mal wieder vollständig repariert, ey. Nach übrigen Zeiten. Ein Schild zum Draufschreiben. Ah, ja. Hm. Das würde mich mal interessieren. Arbeiten, Schuften, Brutale Anwälte. Ah, okay. Forderung von Parallel-Humana-Arbeitsweise. Brutal. Jetzt spricht Präsident Luger. Hm. Ja, anscheinend kann ich dir hier nur anweisen. Also, da kann ich zumindest einstellen, aber die sind eigentlich jetzt schon teilweise überfordert, wenn ich das richtig gesehen habe. Handschuhe. Schaukäfig würde mich interessieren. Ein bisschen was freischalten. Haben wir keine Brustücke mehr? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, dann... Los! Das ist mein Westerpaar. Warte mal, ich habe da eins dabei, oder? Hier, du. Schade, das dreht sich ja gar nicht. Huch. So. Jetzt sind wir Steine. Junge, Junge, Junge. Luca, wieder ein paar Wetter und das heute mal mit kämpfen. Das ist so richtig, ja? Ach, jetzt sehen wir noch Steine. Verdammt. 2, 2, 2, 3, 4. Okay, das ist aber ziemlich riesig. Boah, warum ist das so groß? Muss zum Lager gebaut werden. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, wir sind ja anscheinend auch sehr penibel. Wasser würde ich es fühlen. Aber das geht wohl nicht. Ah, ja, ja, jetzt ist groß. Ja, mir geht es gut. Wie geht es denn? So würde das funktionieren. Das ist aber super riesig, ne? Ich könnte das wahrscheinlich ins Haus bauen. Ich würde, wenn wir Momo alles so mögen. Ich muss ihn kurz suchen. So. Jetzt können wir Momo immer, ähm, angucken. Mit so einem grünigen Blick. Ich habe jetzt den perfekten Platz gefunden für Momo. Ach, vier Stück können da rein. Wir könnten noch reintun. Der arbeitet ja, glaube ich, aktuell. Ja, der ist Level 1. Das würde gehen. Können ja super viele reintun, ne? Wechseln die sich dann ab, oder? So. Oh. Okay, warte mal kurz. Kann es sein? Nee. Egal, ich lasse es jetzt auch. Ich lasse Momo alleine. Braucht keine Freunde. Geh mal auf die Besichtiger. Ich würde halt gern vorankommen, ne? Deswegen. Dachte der Palen sagt, dass du kleiner sich den hier in die Ecke stellen könnte. Aber dass es so ein, so ein Riesenteil ist. Mo ist zu dick. Das ist richtig. Zum Kämpfen auf jeden Fall. Schon wieder ein Asox. Oh, Mann. Why these? What happen? So. Wir müssen auf jeden Fall uns noch hier rum kümmern. Ich würde das gern austauschen. Kannst du aber nicht. Und wenn ich da den Boden wegreiße, dann ist da auch Dings, ne? Okay. Steine. Habe ich denn schon wieder keine Steine? Wirst du meine ganzen Steine haben? Habe ich die alle benutzt für Bruchsteine? Äh, für Dings? Okay. Okay. Oh, ja. Oh, ähm. Ja? Houston, wir haben ein Problem. Ja, zum Kämpfen ist der halt nicht so geil, tatsächlich. Also, finde ich jetzt persönlich nicht. Wahrscheinlich auch Geschmackssache. Aber. Oh. Mein Gott. Okay. Ich wollte hier oben sowieso... Wie machen wir denn das? Wenn ich nur das mache, dann wird das ziemlich klein. Ich könnte natürlich auch hier... Boah, das Holztorff finde ich fett, ne? Aber... Das kannst du ja nicht in die Base bauen. Also, schon in die Base, aber nicht ins Haus. Ich würde das wahrscheinlich so machen. Ne, das würde ich gerne sehen. So, und so. Da liegt ein Todes Sokrates, okay. Müssen sowieso hier, glaube ich, doppelte Wände bauen. Wegen diesen Dingern hier. Achso, warte mal. Das, wenn ich das jetzt abreiße, ist natürlich schlecht. Irgendwie dann lasse ich das so. Wir müssen das sowieso wegmachen, weil ich den Boden austauschen muss. So, warte mal. Zack, zack. Ich würde hier gerne ein Fenster. Und hier einmal Boden. Okay. So, ist das jetzt runtergefallen? Der Stein? Oder wo ist der hin? Ja. Wie machen wir es nicht richtig? Wie machen wir es richtig? Hm. Also, erstens wäre die Frage, wo stellen wir die Betten hin? Na, Efeu, brauche ich jetzt? Brauche ich denn überhaupt das Bett her? Hier. Da kommen nachher ja wahrscheinlich noch vier mehr Betten. Ich würde jetzt einfach mal... So. Ah, die Jogt. Da gibt es einfach viel zu viel Auswahl. Gibt es hier sowas wie... Ja, passt super zu meinem alten Klapperbett. Finde ich. Das zweite wäre ganz gut. So. Ähm. Sind die hinten und vorne oder so, oder? Das wäre so eine Kommode. Ja, wir müssen uns mal wieder ein bisschen ums Haus kümmern. Dann brauche ich so einen Stuhl, den man eh nicht benutzen kann. Der war... Hier. Gibt es noch andere? Ne. Wie, ich bin zu dick. Äh, Momo, ich habe jetzt den perfekten Platz für dich. Willst du den sehen? Musst du sagen, ob das sehen möchte? Zeig mal. Okay. Du bist jetzt für alle sichtbar. Ich habe dich in den Schaukasten gestellt. Ausgehungert und schwer verletzt? Hä, warum isst sie denn nix? So, warte mal kurz. Floppy ist das doch, oder? Hier. Da stehst du jetzt rum und alle können dich anglotzen. Was ist mit der... Was ist mit der... Warte mal. Ich packe die mal kurz aus. Und wieder ein. Äh, ein und aus. Wo geht die nicht essen? Geh doch essen. Es ist wie das. So. Gut. Ich war aber hier oben. Theoretisch haben wir ja auch einen Kamin. Glaublich. Irgendwo. Oder auch nicht. Ich habe ihn gesehen, auf jeden Fall. Antikes Aufbewahrungs-Geschirr-Set. Ne. Da. Ne. Aufbewahrungs... Ach nee, Aufbewahrungs-Schrank-Set. Ich hatte doch auch irgendwo einen Kamin gesehen. Da, Kamin-Set. Ach. Gibt sogar bessere Stühle. Hm. Es gibt ja auch solche. Okay, dann... Hm. Was habe ich getan? Dann brauche ich natürlich so eine Stühle. Holz haben wir eh genug. Und... Dann... Gucke ich mal kurz, wie viel Platz hier drin ist. Zeigst du wenigstens meine Schokoladen-Seite? Ich zeig dir den Arsch. Das ist richtig, ja? Ich entscheide... Ich glaube, ich habe gerade eine Dingsgeschmissen, ne? Eine Sphäre, glaube ich. Unabsichtlicherweise. Ach, guck mal. Platzmäßig. Warum habe ich einen alten Bogenbauplan hier drin? Egal. Ähm... Ich glaube, das habe ich hier aber auch woanders drin. Das kann hier noch rein. Und der Rest, glaube ich, ist woanders. Ja. Du musst meinen Hintern schützen. Ja, habe ich ja. Du kannst da drin nicht angegriffen werden und du hast da drin keinen Hunger. Steht zumindest so in der Beschreibung. Okay, dann nehme ich ja. Okay. Okay. Ah, okay. Das ist ja... Okay. Oh mein Gott. Ich habe viel zu viele Dekorationsmöglichkeiten. Sind die wahnsinnig? Wissen die überhaupt, mit wem die hier zu tun haben? Okay. Das machen wir von außen. Ich würde aber auf jeden Fall... Ein Pflänzchen muss noch in die Enke. Zu Tine Wittler. Überall, wo ich viel bauen kann und so. Ist ganz schwierig. Ganz schwierige Geschichte. Keine Vorhänge. Ja, die könnte ich bauen aus Efeu, wenn ich das richtig gesehen habe. Aus Efeu würde das gehen. Also, es gäbe... Oh, Holzkohle. Nein, das ist kein Problem. Das können wir ja schnell mal erledigen. Hab noch genug, ne? Achso, warte mal, ich habe eh Hunger. Warum isst die denn nichts? Warte mal kurz. Ich glaube, ich muss die Flopi mal... Hab ich dafür nicht zwei? Doch. Komm, wir tauschen das mal. Ich tausche die mal kurz rein und gebe dir mal Essen. Irgendwie klappt da was nicht. Warum, warum mal? So. Hm, jetzt aber die Anze... Aber ist die Anzeige falsch? Entsafte sie? Äh... Nee. Nein? Warum? wonderfully laus mira... haben wir... ... hier.